Hallo, wir sind hier heute bei Mario Party 10. 10. Mit Jay. Mit Andi. Und dann starten wir direkt mal. Natürlich zwei Spieler. Ich nehme Mario. Wir nehmen Sophie. Und wir haben heute... Waluigi oder so? Ja, Waluigi und... Nee, das ist doch der. Das ist Mario. Ach ja. Und das ist doch Daisy. Nee. Die Daisy ist die, keine Ahnung. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie die da heißt. Ich weiß es nicht. Ich auch nicht. Und los geht's mit dem Pilzpark. Jawohl. Das ist der neue Rekord. Den wir heute aufstellen. Rekord schreibt man groß. Und das Wort komisch aus. Und mit D. Ja. War schon da. Als ob man sowas mit einem Gamepad zeichnen kann. Bestimmt ist das nur so ein Sticker. Ja. Manu Money. Pilzpark. Gucken wir an. Fangen da auf. Ja. Wir bleiben so stehen. Woohoo. Yes. 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 Let's go. Okidoki. Okidoki. Nochmal eine Fahrt über den Park. Und oben rechts, da könnt ihr es jetzt sehen, wir dürfen keine 2, 3, 4, 5 und 6 würfeln. Weil dann knacken wir die Schlösser von Bowser und dann wird er frei. Dann müssen jetzt alle nur eins. Und dann kommt das Monster. Eins. Ja. Ja. Musst du, sonst geht ein weiteres Schloss auf. Scheiße. Für da, die Sterne. No. Tag, bin ich Platz. Ein Minisch. Und ein Minischpiel. Yes. Alle gegen alle. Ja. In der Tat. Mario. Ja, da. Rosalina. Ah, halb. Ah, ok. Punkteschleuder. Hä? Gucken wir mal. Na, das ist ja einfach. Immer nacheinander, ne? Ja. Einfach im richtigen Moment loslassen. Ja. Na dann, hol ich mal. Genau in der Mitte ist 100. Na, er packt sich jetzt auf 100. Ich spiel gar nicht mit. Ach, trotzdem. Ich dachte zur Demonstration. Muss ich jetzt gedrückt halten? Oh, wow. Hä? Nee, ich drücke nicht einfach. Ja. Ja. Der Oster hat zwei Versuche. Jeder. Jetzt bin ich dran. Jetzt. Scht. Scht. Was? Was? Ich dachte, er würde noch den Schwung mitten nehmen. Das war eine Übungsrunde. Nee. Nee, jeder zwei Versuche. Ha. Junge, bin ich glücklich. Ich komme trotzdem über mit dich. Nein. Ich muss über 40 schaffen. Ja. Wenn du es nicht schaffst. Hm? 100. Also 20 mehr. Gucken, was er jetzt hier schafft. 100 schafft er. Auch 100. Er und ich müssen nochmal. Glaube ich. Nee, es gibt dann Stechen beim Würfel. Ja, das stimmt. Ich glaube nicht. Oh, scheiße. Und die ist mit mir. Scheiße. Nee, ich bin 60. Ach so, ja, kann ich rechnen. Ja, ich bin bei ihm. So, okay. Weiter geht's auf dem Pilzpark. Wir fahren in den Pilzpark, den Pilzpark. Oh, und wieder ein weiterer Schloss. Na gut, bye. Das ist ja genau so viel bin ich, der Arsch. Minispiel. Alle gegen drei. Oh, ja doch, wieder alle gegen alle. Alle gegen alle, alle gegen alle, alle gegen alle, alle gegen alle, alle gegen alle. Hier gegen jenen. Im Trotz vom Platz. Oh. Da muss man bestimmt irgendwas schnell drücken. Ich hoffe drücken. Immer hoch und runter. Oh Mann. Das ist voll Sport. Muss man zwei drücken? Keine Ahnung. Hallo. 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 Warum funktioniert die Scheiße bei mir nie? Scheiße. Ja, zweiter. Dritter? Wem ist als letztes Platz, oder was? Das ist doch scheiße. Ach, darf der bei mir kratzen? Oh, ich hab gewonnen. Fuck you, Alter. Ja, 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 ja. Let's go! Let's go. Ja, hatten wir schon mal. Kein weiteres Schluss. Okidoki. Okidoki. Waffeln. Hatten wir das schon? Ne. Weitere Schloss geklappt. Ja. Sterne. Oh, erster. Scheiße. Oh. Was passiert denn auf dem Ausgeschoss? Kommst du auf diese drei Dinger? Wo ich war. Vorhin. Bei der ersten Aufnahme, die nicht geklappt hat. Achso. Egal wo du lang gehst. Ja. Möchtest schon. Glück gehabt. Eins, zwei oder drei. Wenn du richtig stehst, sag dir, wenn das Licht angeht. Wow. Er weiter springt. Sechs Sterne. Scheiße. Aha. Aha. Ich bin gierig nach meinen Sternen. Oh. Oh. Ne. Hatten wir schon. Zwei und drei dürfen. Scheiße. Oh. Wenigstens nicht letzter. Ja. Der kriegt doch die Sterne. Aber da ist auch ein Vieh. Und. Baby Baumser. Warum müssen wir alle? Warum zieht er uns mit in die Scheiße? Wer ist ein Arsch? Guck die Yoshi an, sieht so aus, als würde er gleich kacken. Mega guck mal. Yoshi, drücken. Mega guck. Jero, jetzt lesen wir uns das durch. So seitlich. Jetzt springen wir mit zwei und greifen nach oben. Achso, du musst auf ihn springen? Ja. Oh ne, jetzt sterben wir mal. So. Das ist der Goomba. Agumba, Agumba, Agumba. Agumba, wei, Agumba, wei, Agumba, wei. Hier ist der Goomba. Der große Goomba. Er springt auf meinen Kopf. Ich will hoch! Oh, Mensch! Ich geh weg! Wie kann der schon... 10er! Boah, ich hab noch einen bekommen! Das wird ja erst wütend! Ach so! Aua! Ich fülle überran uns, die Sau! Lass mich hoch! Oh! Oh, du Sau! Nur Rückschand! Boah, ich gewinne die Scheiße! Ja, mir zieht der mal voll viel ab! Schon wieder ein! Die Kackleiter! Alter! Gewonnen! I have gewonnen! I have gewonnen! Ich hab mit Daisy die letzten... Aber Gleichstand! Ne, I had, oder? Scheiße! Jetzt ist wieder die englische Grammatik hier nicht auf dem Start! Ja, ich hab gewonnen! Ich hab mit ihr auch die meisten Fehler! Scheiße! Hiiii! Bei Wunschienen wird gewörfelt! Ich muss würfeln! Dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun! Uuuu! Gewonnen! Hat er! Ja! Guck, guck mal wie er seinen Schwanz anguckt! Mh, sexy Yoshi! Voll das Spiel für Kinder! Das ist immer alles zweideutig! Alles was für Kinder ist, ist zweideutig! Für die Erwachsenen aber dann! Ja! Ja, weil Kinder das nicht wissen! Kinder sind rein und unschuldig! Nein! Ich hab ein bisschen Husten heute und Halsschmerzen! Manchmal werde ich vielleicht heißer sein, vielleicht aber auch nicht! Fünf haben wir schon! Ja, nur zwei und drei! Ey! Ey! Ich will, ich will, ich will, ich will was haben hier! Dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun! Puh! Ja! Ich hab mal! Wigol! Wir freuen sich wohl! Juhu! Rippity! Rippity! Ja, Mann! Ich krieg die Sterne! E-Dun-dun-dun-dun-dun! Schüttel den Drücken! Scheiße! Bowser! Bowsers! 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 Nur noch eins! Wir dürfen keine 3 würfeln! Ihr könnt das leider nicht sehen. Das ist nur auf dem Gamepad, aber... Scheiße! Bowsers! 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 und ein Minispielen. Bitte nicht, bitte nicht 1, G3. Hä? Ja, die werden, und dann werden wir im Krieg 20, glaube ich. Oh, die will ich aber auch. Schallgei durcheinander. Der erste Krieg 10. Behalte den Schallgei mit den meisten Donuts im Auge. Warte, woran sehen wir das denn? Sehen wir das am Anfang, wie viel jeder kriegt? Stimmt. Oder? Ja. Ich hoffe mal. Wart ihr gestartet die Runde? Wenn euch dieses Let's Play gefällt, dann kommentiert es, Liked es. Und... Und... Wir sehen dann, ob wir... ...nicht einen weiteren Part machen. ...nicht einen weiteren Part machen. Ich habe den auch noch in den Auge... Ich sage es dir nicht. Ich habe den auch noch in den Auge. Ja! 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 Toll! Ha? Ich hab aber auch noch weg. Okay, der nächste geht ... Und ne zwei. Der nächste gehört mir einfach. Und dann ist wieder ... Ja! Nein! Hey, wo ist mein Spieler hier? Wartet mal! Ja! 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 Jetzt gehört er aber mir. Wir nehmen die Augebalken ganz. Ja! Ja, nee! Wo ist es meiner? Oh, Mann! Nee! Ich find das total scheiße, dass mein Ding nicht funktioniert. Oh, Mann! Wird jetzt mehr zu mir geschoben. Ich sitz weiter weg deswegen. Ja. Pech. Toll, Alter. Was für ne Scheiße. Ich hasse dieses Spiel jetzt schon. Scheiße, weil es liegt nicht an mir, sondern an der Technik. Ja, du musst dich mal mehr darauf konzentrieren, als mich abzuhalten. Nee, das ging trotzdem nicht. Ich krieg jetzt Null. Jetzt verliess er nämlich die Sterne. Zehn! Ja. 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 Wenn ich eigentlich noch erste... Ja. Du darfst ja nicht würfeln. Nur zwei. Nur ne Drei. Nur ne Drei darf nicht gewürfelt werden. Oh. Schön. Dass es nur Eins bis Drei würfel ist. Rosalena! Nein! Jetzt bin ich vierte. Vierter? Ich wusste, dass du ein Mädchen bist. Nein! 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 Bloß nicht rot. Nein! Oh, geil. Immer ich. Oh! Bitte zehn. Es ist nass. Die Folge heißt immer ich. Ich weiß ja noch gar nicht, wie es endet. It's Mario time! Ich nehme mal den. Ne, ich nehme lieber den. Ja. Dann bin ich auf der Sicherung. Schütteln! Drücken! Fünf! Angenehm! Zierbewerben? Echt? Was soll ich machen? Einfach anrücken. Ich? Ja, und du bist der Letzte. Und er kriegt einen sechser Würfel. Ne, einen langsam würfelenden Würfel. Er bleibt weiterhin ansperrt. Für immer. Geil! Maul! Was ein Ärger! Was ein Ärger! Ne! Oh, nicht wieder nicht draufkommen. Ich klaue doch nicht. Ja! Maul! Ja! Und ich habe meinen Huhn und Würfel verloren. Schon vergehen. Wollen wir nicht sehen. Ich bin Glück gehabt. Ach, ich bin das. Ja. Ist ja geil. Ne, ich hoffe mal Null, ne? Ich bin erster Platz! Das war auch sehr schwer. An diese Zeit. Oh, ich habe das Mikro abgebaut. Was ist denn jetzt los? Ja, das müssen wir halt nach der Aufnahme regeln. Hallo, ich bin heute Ihre Moderatorin und halte das Mikro. Hast du Null Sterne? Ja! Und auch noch zurück! Jetzt müssen wir weg und es hier zu laufen. Kriegst du es wieder hin? Schön. Pech! Jetzt wird die ganze Technik kaputt hier. Ist ja auch gar nicht scheiße, das Mikro in der Hand zu halten. Gibt nicht Spaß, wenn du den Controller 2 nehmen musst. Ja, dann nehme ich das in den Mund. Dann würde ich halt... Lass mich schon mal was einführen. Ja, dann... Ja! 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 Deine Hand! Nein! Dann kommst du da ran, weil... Ja? Ja. Eins gegen drei. Ja, wir machen sie fertig. Ich darf ausüben. Bin das, oder? Nee, da ist sie unten. Da nimmt eins, wo sie das Opfer ist. Ach, wir sind immer das Opfer. Ja. Weil es nicht drei gegen eins ist, ne? Ja. Da können wir besser abhauen, oder? Blasenfalle. Eins, zwei, oder? Drei. Such doch jetzt eins aus! Mann, oh Mann! Ich bin heute Rasenreporter und halte das Mikrofon während der Aufnahme in der Hand. Ja, seitlich. Okay, jetzt muss ich mir was überlegen. Ja, aber dann müssen wir schreien. Ich halte das Mikro mit meinen Schenkeln fest. Das ist gar nicht unbequem. Könnt ihr mich hören? Ja. Der Ton ist ganz gut, denke ich mal. Wir sehen uns gleich nach der Unterbrechung wieder. So, jetzt geht's weiter nach unserem technischen Problem. Das hat lange gedauert. Das wollt ihr nicht hören. Das waren eigentlich nur mehrere Minuten. Also jetzt nicht so lange. Und, okay, erstmal kurz. Sammelt Superpitz und Goldpitz in eurem Wagen. Sammelt Superpitz und Goldpitz in eurem Wagen. Das heißt, wenn du blau bist, musst du in die blauen Wagen. Ja, ich verstehe das auch noch nicht so gut. Ich verstehe das mal dran. Was hat die, was hat Daisy, äh, die da mit da zu tun? Hey, ich spiel gar nicht mit, doch da oben. Ach so, sie ist blau und wir sind rot. Ach so. Wir spielen gegen sie. Nein. Ja, genau. Da rein. Vier Goldpitz. Ist das scheiße? Lass den in ihren fallen. Lass den in ihren fallen. Nein. Ja, schmeiß doch keine Scheiße da rein. Ja, schmeiß doch keine Scheiße da rein. Gewonnen! Wieder drei Sterne. Hey, ich hab wieder drei. Das ist so, als müsste man das nicht. Mario Time! Mario Time! Das ist wichtig. Wie viele Schritte sind es dahin? Ich geh noch da rein. Drei, vier, fünf. Aber ich will keine vier. Der kommt doch sowieso nicht vorbei. Ja, aber ich will nicht auf so ein komisches Feld. Ja, du musst. Dann mach 0 und 1. Nee, komm ich auch noch so. Ich schau euch mal ein bisschen das Glück. Vier, sechs, eins, halt. Hu! 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 Erstmal die Zahl zurück und die Zahl zurück. Dann stimm ich in die Röhre. Aber jetzt wie viel zurück. Auf, Wöffel! Dann muss ich ja nochmal zurück. Ja, das war mir recht. Keine sechs. Wird schon wieder erregt. Wird schon wieder erregt. Er streitet jetzt durchs Ziel, oder was? Ach, der Arsch. Wird schon wieder erregt. Ich kann keiner einholen. Außer so viel zu spüren. Was kann ich? Waschieren. Waschieren. Gegen... Tyranna. 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 Okay. Greife mit Bombemund. Also immer... Aber nicht wenn sie den Mund auf hat. Oder spuckt sie zurück. Sie ist ja jetzt. Ah. Okay. Gut. Wie viel kann der erste gewinnen? Wie kann der erste gewinnen? Wie kann der immer vom Himmel hin? Weil die vom Bowsers Chef kommt. Dein Himmelschef. Ah. Hallo. Meiner wirft schon wieder nichts. Ich hab 24. Wie viel hab ich? Wie viel hat das also? Du bist letzter ist mir egal. Du sollst den Kopf gauern oder was? Nein, ging mal ein Ohrpiercing. Ich bin jetzt nicht mehr zu Hause. Ich bin nicht mehr zu Hause. Ich muss nicht mehr zu Hause machen. Ich. Ich. Ich? Na, wir haben noch nicht gewartet. Mach mal. Scheiß Kopfhörer hier. Verletzungsgefahr. Siegerehrung. Es werden die Bonussterne vergeben. Ja, Maul. Die meisten verlogene Mini-Schrauben. Ja. Langsamste. Na, Rosalina. Ab in den Himmel. Wir wissen ja, warum sie gewonnen hat. Es ist ja ein Mario-Spiel, deswegen. Danke, danke. Ihr dürft weiter klatschen. So, damit verabschieden wir uns. Das war der erste, nicht der erste Part, aber die erste Karte von Mario Party. Ja, wenn ihr wollt, dass wir weitermachen, schreibt es in die Kommentare, liked das Video und denkt dann noch an das Giveaway. Ja, amerikanische Süßigkeiten würden doch immer alle haben. Warum macht ihr nicht mit? Das geht noch bis zum 15.05. Ich bin Jay. Und ich bin Andi. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.